Brutaler Kampf gegen Geister Wölfer und Geister Eber, die Schrecken verbreiten. Eigentlich wollten wir eine ganz andere Mission durchführen. Da müssen wir auch noch hin, müssen nachher noch eine moralische Entscheidung treffen, aber vorher irgendwie den Kampf hier überleben. Das ist echt ganz, ganz heftig hier. Phantom Eber und Phantom Wölfe. Noch einmal kein Eber gekillt. Sobald wir den ersten Eber töten, greift die Eigenschaft Hüter des Waldes und der Schaden von diesem Eber, von allen Ebern, wird um 50% erhöht. Wir sollten vielleicht die Gewölfe zuerst töten deshalb. Außerdem gibt es immer eine Schreckensanzeige, die kumuliert hier. Hier sind es schon drei. Wird aber leider nicht angezeigt im Tooltip. Man muss immer raufgehen und gucken, wenn es fünf sind, haut die Einheit aus dem Kampf ab. Das ist echt doof. Nach meiner Kenntnis, das sei nur für eine Runde, meint Fraxer, die 50% Schaden des nächsten Angriffs um 50% erhöht. Stimmt. Das war eventuell bei früheren Versionen aber anders. War das nicht so, dass es bei den Beta, die wir gespielt haben, dass es noch komplett war, 50%? Ich glaube immer. Also der ist ja völlig umzingelt. Grauachst. Kann sich auch noch nicht zur Wehr setzen. Dem müssen wir dringend gleich helfen. Müssen vor allem eine Einheit töten irgendwo, damit der Schrecken runtergeht. Wer kann noch ziehen? Nur eine Einheit von uns kann ziehen und das ist, glaube ich, Giftnadel. Nur noch Giftnadel kann ziehen. Danach ist der Wechsel. Kann den hinterhältigen Wirbelwind machen. Und wenn wir hier hinziehen... Ach nee Gott, die eigene Einheit wird mit betroffen. Das ist doof. Dann können wir das nicht machen. Ich hätte Ronja da nicht hinziehen sollen. Scheibenkleister. Ronja wird dann auch getroffen. Hintenrum vielleicht. Kann ich den hier hinziehen? Der ist doch nicht im Kampf begroffen. Hä? Ach, hier kommt man nicht durch. Das wird geblockt. Das ist zu eng. Scheibenkleister. Rauchschleier. Kämpfende Gegner ziehen sich zurück. Erleben ein Gelegenheitsangriff durch ihre Kompetenten. Kommt bis da oben hin. Für den Rauchschleier. Ich mache mal einen Rechtsklick auf den Rauchschleier, damit wir sehen, wie weit er kommt. Schaut euch das mal an. Klappt das? Ja. Dann müssten alle vier oben abhauen von dem und bekämen von ihm einen Gelegenheitsangriff auf alle anscheinend. Wird das klappen? Oder sind das nur zwei? Es kann sein, dass es von unserer Einheit aus gilt. Soll ich das mal versuchen? Ich bin mir nicht sicher, ob das zwei oder vier werden. Es wäre cool. Soll ich das mal probieren? Kostet nur einen Punkt. Ziehen da oben. Zwei hauen ab, bekommen einen Schaden. Und Grauachs kann abhauen. Cooler wäre natürlich, wenn wir... Wer sind denn die beiden Nächsten? Wenn wir einen endlich mal töten würden, ne? Ein Axtwurf hier drauf. Trifft aber den hier vorne eventuell. Entschuldigung. Wir versuchen es mal. Wir ziehen mal hier oben hin. Hoffentlich klappt das. Mist. Ich habe einen Denkfehler gehabt. Wir haben da oben nur einen kämpfenden Gegner. Das ist nur der Wolf, der mit dem Grauachs kämpft. Die anderen bedrängen ihn nur. Die sind aber nicht mit ihm im Kampf. Das stimmt gar nicht. Das ist Quatsch. Drei von denen kämpfen nicht nur mit ihm. Ich glaube, nur der Geisterwolf ist im Kampf. Nur der würde abhauen und der ist außerhalb der Reichweite. Völlig, völlig falsch. Klappt nicht. Funktioniert nicht. War ein absoluter Denkfehler. Boah, ist das ärgerlich. Jetzt können wir nur noch einen Axtwurf machen. Das trifft auch keinen. Ach, ist das bitter jetzt hier. Ist das bitter. Ich habe einen totalen Denkfehler gehabt. Der kann nichts hier machen. Die Runde ist verschenkt und er bekommt noch nicht mehr einen Aktionspunkt. Boah, war das jetzt doof. Das war jetzt echt bitter. Wir können einen Rauchschleier mal da hinwerfen. Dann würde eine Einheit abhauen. Der hier links. Und würde einen Gelegenheitsangriff bekommen von Grauachs. Und der hat einen Schaden von wie viel? 9 bis 11. Dann würde der Grau-Geisterwolf sterben und er würde einen Schrecken verlieren. Es ist doch nicht völlig falsch. Wir werfen einen Rauchschleier da oben drauf. Klappt das gerade nicht? Hat das zu weit weg? So geht es aber. Ja. Ja. Einer ist weg. Es war doch nicht völlig vergebens. Und Grauachs ist jetzt aktuell nicht mehr im Kampf. Hat einen Schrecken verloren. Alle. Alle sollten einen Schrecken verloren haben. Alle haben einen Schrecken verloren. Weiter können wir aber im Moment nicht machen. Setzen. Sagen, das war dieser Zug. Jetzt ziehen noch weitere Fallen da an. Verstärkung kommt. Was? Verstärkung? Sag mal, sind da Leute dazugekommen? Wir hatten doch eben nicht 21 Einladen. Wir hatten viel weniger. Was? Sag mal, Leute. Sind da welche dazugekommen? Sind da gerade welche dazugekommen? Da sind welche dazugekommen? Ich habe keine Angst, Mama. Ich habe keine Angst. Aber das ist ja furchtbar. Das ist ja ganz schrecklich. Jetzt sind es plötzlich 21. Haben einen getötet und es sind mehr geworden. Haben die gerade ganz schnell Kinder bekommen. Guck mal hier. Was machen die denn da? Wie soll man denn da durchkommen? Wir müssen noch nicht mal gucken, wer wo ist. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen und beten. Martin kann einen Gelegenheitsangriff Spalten machen auf 3. Anna kann gleich 5 machen. Und kann nach dem Spalten noch einmal eine Fleischwunde machen. Ja, ja, ja. Moment. Wenn wir Anna hier hinziehen. Erwischt sie 4 auf einmal. Achtung. Ne, 3. Und jetzt kann sie die Fleischwunde machen. Fügt allen Einheiten im Bereich Schaden zu. Jetzt ist der Eber leider futsch danach. Das bedeutet, dass alle anderen Eber danach für den nächsten Angriff 50% mehr haben. Aber irgendwann müssen wir anfangen, Eber zu schlachten. Das geht nicht anders. Sie hat auch das Wachrütteln. Jeder Verbündete, da gibt es einen Punkt dazu. Dafür sollten wir aber die erst mal weiter reduzieren. Einmal Fleischwunde hier drauf, bitte. Ja, 3 futsch. Jetzt sind es nur noch 18. Mann. Dann viel Feind, viel Ehr. Ja, vielen lieben Dank dafür. Viel Feind, viel Ehr, viel Tote bei uns und viel Schrecken. So, und jetzt könnte sie noch einmal. Ne, das ist alles Quatsch. Noch irgendwo hinziehen. Wenn sie neben viel Verbündete ist, würden wir nochmal 3 Punkte zurückbekommen. Das ist mal viel zu früh. Das machen wir nachher. Ich würde sie hier stehen lassen. Einfach mal gucken, was passiert. Die wird dann von vielen Seiten angegriffen. Sie darf nur maximal 3, 5 Schrecken bekommen. Wenn alle 5 sie angreifen, wenn nur eine Einheit von 5 getroffen wird, läuft die Einheit weg. Egal welches es ist. Das ist nicht gut. Wer weiß, wie viele von hinten noch kommen. Wir müssen ein Stück zurückziehen. In die Mitte. Das nicht alle auf einmal uns erschrecken können. Aber was anderes fällt mir nicht ein. Wir laufen mal in die Mitte. Wir lassen hier Platz, damit der noch durch kann. Was wir dringend brauchen, sind weitere Flächenangriffe. Martin kann Flächenangriffe machen und Giftnadel. Also Angriffe auf mehrere um ihn herum. Der hat sogar per Wirbelwind, kann der ganz viele auf einmal erwischen. Aber das sind im Augenblick Mack. Hier unten werden es 3. Ich mache mal einen Rechtsklick auf Wirbelwind und dann gucken wir mal, ob er hier, hier wird er 3 auf einmal erwischen. Wird er aber auch zum Ziel von sehr vielen. Die haben 18, 22, 13. Und Wirbelwind verursacht mindestens 10. Und Gift, das heißt die Verlierer nach, boah das ist riskant gedacht. Und eine Axt kann er werfen. Wir sollten die eigentlich eher in die Mitte ziehen. Aber wir könnten das versuchen. 3 auf einmal. Wir schauen uns die Eber an. Die haben glaube ich alle sowieso schon Wut, weil jemand getötet ist. Das heißt, wir könnten den Eber mit Martin töten. Spalten, die beiden angreifen. Und dann bekommen wir auch einen Aktionspunkt dazu. Der greift mal die beiden hier an. Einer weg. Weil ich glaube, das ist nicht stapelbar hier mit der Wut. Ich glaube nicht. So, und der ist nicht im Kampf mit ihm. Er kann da irgendwo hinziehen. Wir haben den Schrecken überall auf 0 gebracht. Ich ziehe einfach in die Mitte mal zurück. Weil keiner der Feinde hat. Bereiseangriff. Mist, wir hätten vielleicht Ronja wegziehen sollen. Das wäre defensiv klüger, weil Ronja kann jetzt hier nichts machen. Einen Schrecken. Und kann mit dem Bogenschuss fast nichts machen. Mit dem hier oben geht es echt nicht gut. Ein Grau-Axt. Aber der kann doch... Mit ihm ist ein Kampf. Der kann nur Nahkampf machen. Nee, achso, Entschuldigung bitte. Hier oben. Die Grau-Axt. Schlitzen. Und dann Verteidigungshaltung. Nächster Schaden reduziert. Wer ist der Nächste, der kämpft? Der hier unten. Und dann der da links. Das ist alles nicht so schlimm. Nee, das sind wir dann. Und dann welcher Wolf dann? Irgendeiner, den wir noch gar nicht sehen. Und dann der hier links. Also von Trefferpunkten kommt der eigentlich durch. Die haben beide schon gezogen. Brotab kann ihn wegschubsen. Das wäre möglich. Hat noch irgendeiner von uns Flächenangriff? Ja, Giftnadel hat noch einen Flächenangriff. Mit dem Wirbelwind. Und könnte, kann der ein 3 auf einmal treffen irgendwo? Immer noch nicht, ne? Hier die 3. Komm, jetzt machen wir das. Die 3 auf einmal. Ziehen den einmal hier vorne hin. Und hat eine Giftwolke um sich herum gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob der noch abhauen kann. Ich glaube, der ist gegen sein eigenes Gift nicht gefeit, glaube ich. Der Geisterwolf ist immer noch im Beschäftigt-Status. Immer noch mit Ronja. Und er kann jetzt noch mal einen Axtwurf machen. Kann Ronja eventuell befreien mit ein bisschen Glück. Jetzt könnte er noch einmal einen Rauchschleier werfen. Umkämpfende Gegner zurückziehen. Damit die sich zurückziehen müssen. Dann wird er sich zurückziehen. Und dann wird er durchlaufen. Durch die Wolke eventuell. Und Ronja wäre irgendwie frei. Und könnte dann feuern mit ein bisschen Glück, ne? Dann könnten wir Ronja danach noch mal kämpfen lassen. Ist natürlich schade. Wir geben einen Punkt aus. Aber dann würden wir irgendwie aktiv bleiben. Wir können das vielleicht hier dazwischen werfen. Dann wären die beiden müssen sich... Ja, dann stirbt der Wolf oben. Weil dann kann der Arnold auch einen Gelegenheitsangriff machen. Hier dazwischen einmal und... Ja! Ja! Zwei! Zwei auf einen Streich! Klasse! Sehr schön. Sie hätten sogar schießen können. Nicht nur der Nahkampfangriff. Und jetzt setzen wir mit ihm hier... ...mit Giftnadel eine Runde aus. Fünfzehn sind es noch. Fünfzehn. So, und jetzt können wir mit der Bogenschützin ziehen. Vorher ging es nicht. Weil die war ja in den Kampf gebunden. Da war das nicht möglich. Also es wäre möglich gewesen, weil sie hätte einen Gelegenheitsangriff bekommen. Die nächsten Einleiten, die kämpfen. Das ist mal hinter mir in der Liste. Ist der Geisterwolf hier links. Dann der Geisterwolf dort oben. Ich würde gerne so viele wie mögliche Einheiten töten jetzt erstmal. Weil jedes Mal ist so ein Schreckenangriff. Und wenn die einen von uns angreifen... Und das müssen wir ja irgendwie wieder reduzieren. Ronja hat zwei Sachen. Zurückwerfender Schuss. Und bösartiger Schuss. Und am... Hey! Haben wir nicht einen Speerwerfer? Ja, Brot ab. Der kann einen Speerwerfen durch mehrere hindurch. Durch die drei hindurch. Ja. Ja, 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 ja. Wenn wir einmal einen Rechtsklick auf den Speerwurf... Dann haben wir eine Kampfvorschau. Ziehen mit dem Bewegen. Das wird nicht richtig angezeigt, ja. Das geht irgendwie nicht richtig. Aber es müsste eigentlich klappen. Wir ziehen ihn mal hier hin. Das müsste doch funktionieren, Leute. Da müssten wir doch drei auf einmal killen können, oder? Mein Speerwurf. Einen. Einen gekillt. Zwei stark verbundet. Und jetzt kann er noch einmal zustechen. Zieht vor. Hier hin. Da waren es nur noch 13. 13. Nimm das, ihr Bestien. Das war es jetzt aber. Und jetzt schnell in die Mitte zurück. Er bekommt einen Extrapunkt zurück, wenn er neben einem Gegner endet, ohne einen Kampf verwickelt zu sein. Das klappt jetzt schon mal nicht. Das Blöde ist, man sieht es nicht so sauber mit dem Gift, wo das ist. Wir ziehen so weit es geht irgendwie wieder in die Mitte rein. Wir haben nur noch vier Punkte. Wir müssen bald mehr darauf achten, dass wir Aktionspunkte zurückbekommen. Das war ein Brot ab. Unser Wolf hat automatisch angegriffen. Jetzt ist es fies. Grauachs blutet und hat Schrecken bekommen. Gift sollte sein, Faxa hat recht, sollte eigentlich in den Feldern drumherum sein. Das Blöde ist, ich drücke mal testweise G. G bedeutet in meinen meisten Spielen Grid. Dann wird einem das Raster angezeigt. Hier gibt es keins. Das hätte ich so gerne. Ich würde mir wünschen, G Grid, dass da so ein quadratisches Raster drauf liegt, dass man das sauber erkennen kann. Oder G wird es doch angezeigt, wird nicht angezeigt. Wenn ihr auf die Einheiten guckt, da drunter wird das Quadrat, pardon, angezeigt, aber mehr nicht. Deshalb kann man raten, rund um Giftnadel ist irgendwie grün, aber ist ein bisschen doof. So, wer kommt jetzt noch alles? Ronja hat noch nichts gemacht. Wer sind die Nixen, die beim Feind ziehen? Direkt der hier oben. Und der ist immer noch im K. Oh, das wird schwer für Grauachs. Grauachs muss versuchen, sich zu befreien. Kann man nur den angreifen. Und danach geht er in Verteidigungshaltung. Einmal hier drauf. Geht nicht mehr. Verteidigungshaltung hätte nur gegangen, wenn er keinen Angriff durchgeführt hätte. Boah, der hat ganz viel, das Bluten hat gestackt. Oh Scheibenkleister. Der geht uns drauf, Grauachs. Wir verlieren Grauachs, Leute. Ich sehe kaum noch Möglichkeiten, das zu verhindern. Jetzt müssen wir auch mit Ronja wegziehen. Wir ziehen mit ihr so weit weg, wie geht. Und sie darf nicht durch Gift hin. Oder sie kann von hier aus auch einmal feuern. Kann sie durch mehrere hindurch feuern. Wir testen mal was. Wir ziehen mal hier hin. Zieht sie durch ein grünes Gift durch. Ist da grünes Gift? Ich glaube ja, ne? Also sie feuert nicht durch die hindurch, aber sie kann mit ein bisschen Glück mehrere erwischen. Wir ziehen einmal durch das grüne hindurch. Ich glaube es ist grün. Sie kriegt da ein Gift. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Ist nicht durchgezogen. Soviel zum Thema grüne Giftanzeige. Die ist echt unsauber. Jetzt macht sie einen bösartigen Schuss hier drauf. Und ein zurückwerfenden Schuss auf den... Ach nee. Man muss auf den hinteren zielen. Und dann trifft man beide. So rum läuft das. Hat den vorderen getroffen. Der ist jetzt verlangsamt. Und jetzt kann sie noch ziehen. Sie müssen neben einem Verbündeten stehen. Ohne einen Kampf zu verwickeln. So sein neben dem hier. Dann bekommt sie einen Punkt zurück. Jetzt ist die Frage. Wo ist der Feind? Ist hier Feinde unten? Ich ziehe sie mal ein Stück hinter ihn. Denn er hält mehr aus. Jetzt bekommt sie einen Punkt dazu. Jetzt haben wir wieder vier Punkte. Der greift Giftnadel an. Aber Giftnadel ist eigentlich ganz gut. Mehrere sollten Giftnadel angreifen. Weil er hat einen Flächenangriff. Den Wirbelwind um ihn herum. Warum nicht hoch, um dem Typen zu helfen? Grauachs. Der stirbt leider sowieso. Ich sehe keine Möglichkeit, Grauachs zu retten. Das hätten also realistischerweise... Ich glaube nicht, dass sie durch den Kampf durchkommen. Ohne, dass sie alle drauf gehen. Zwei Feinde gibt es. Wie viele sehen wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. Zwei sind... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Wir sehen alle. Wir sehen alle zwölf jetzt. Arnold kann ziehen. In dieser Runde noch... Boah, jetzt werden ganz viele gleich angreifen. Und die haben wir alle schon. Oh, Scheinkläster, der geht drauf. Ich glaube, der Einzige auf unserer Seite, der noch nicht gekämpft hat, ist Arnold. Hat der irgendeinen Schrecken? Keinen. Hat noch relativ viel an Lebenspunkten und an Rüstung. Im Gegensatz zu Martin. Vielleicht setzen wir ihn auf den Phantom eben an. Oder wir killen einen von denen hier unten. Das können wir machen. Wir ziehen da unten, hier daneben. Der bekommt im Duell einen Punkt dazu. Ziehen einmal hier genau in die Mitte. Genau. Die, die noch ziehen können, haben einen farbigen Lebensbalken. Die anderen haben einen ausgegrauten. Den Trümmern machen wir einmal zertrümmern. Und einmal den schwächeren Schlag. Das stärkere. Wir machen den schwächeren Schlag. Hier links drauf. Auf den Geisterwolf. Einmal Wut hier. Jetzt den schwächeren Schlag hier drauf. Jetzt bekommen wir keinen Aktionspunkt dazu, weil wir zu erfolgreich zwei umgebracht haben. Können auch nicht mehr ins tapfere Duell ziehen. Und ziehen mal jetzt so weit nach oben, wie es geht. Oben spielt gleich die Musik. Zehn sind es noch. Ein Schrecken unten. Acht gegen zehn. Noch einmal keinen verloren. Hier ziehen die alle. Was machen die denn? Haben die Wölfe gar nicht angegriffen oben gerade? Haben die sich... Die greifen ja gar nicht alle an. Habt ihr gesehen? Mehrer. Ein Albtraum ist erschienen. Nein. Es sind es 15. Es sind schon wieder neue gekommen. Was ist denn das für ein Monster hier? Die ziehen immer noch eine neue Runde. Ronja ist schon wieder im Nahkampf. Hört das denn nie auf? Hört das denn nie auf? Schaut euch mal dieses Monster hier an. 81 Trefferpunkte. Bitte kein Flächenangriff. Verringert die Gesundheit des Ziels um neun. Bindung des Schreckens. Oh, au, 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 au. Oh, oh. Das Ziel und einer seiner Gefährten bekommen drei Schrecken dazu. Aber fünf flüchten die. Boah, ist das heftig. Der Effekt wird entfernt, wenn die Einheit neben einer Verbündeten steht, der von diesem Effekt betroffen ist. Heißt das, wenn zwei, die davon betroffen sind, nebeneinander stehen, geht das wieder weg? Anscheinend, ne? Wenn zwei, die dasselbe haben, das gleiche haben, diesen Effekt nebeneinander stehen, dann löst sich das irgendwie da auf. Klingt ganz obskur. Ich weiß gar nicht, warum das so sein soll, weil die sich gegenseitig trösten. Hey, bist du auch erschrocken und kannst nicht mehr klar denken? Ja, ich auch. Oh, dann geht's mir viel besser jetzt. So verstehe ich das. Finde ich ein bisschen komisch irgendwie. Naja. Auf jeden Fall fies. Kann aber nur einen angreifen. Erschreckende Präsenz. Das ist klar. Albtraumhaft. Nein. Jedes Mal, wenn diese Einheit Schaden erleidet, bekommt der Angreifer einen Schrecken. Den sollten wir als letztes töten. Der ist gar nicht so stark. Der ist aber ganz schwer klein zu kriegen. Müssen erst alle anderen kennen. Erst alle anderen. Zusammenziehen, WB. Kämpfe Rücken an Rücken. Das ist bei acht Leuten etwas schwierig. Mit Rücken an Rücken. Das geht bei zwei immer. Ja, für ein zufälliges Event ein heftiger Kampf macht den. Das sehe ich auch so. Hofft, dass wir aus diesem Albtraum schnell wieder aufwachen. Dem kann ich mich nur anschließen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ähm, die Nächsten, die kämpfen hier unten. Kriegen wir den gerettet? Kriegen wir den gerettet? Er blutet, er verliert am Ende der Runde acht Schaden. Er hat nur acht. Haben wir irgendjemanden, der ihn da heilen kann? Ich glaube nicht nur, doch. Entfernt alle Debuffs. Das heißt, wenn der rauf geht, wenn es der schafft, sich neben dem zu stellen, dann könnte er ihn geringfügig heilen, der macht ihn und könnte ihm seine negativen Status-Effekte komplett nehmen. Das könnten wir versuchen. Die Frage ist, kommt er weit genug dafür? Er kommt nicht bis zu ihm hin. Das klappt nicht. Anna kann das gar nicht. Anna steht zu weit weg. Und er kann nicht wegziehen. Brote ab ist auch, das schafft man nicht. Wir sind zu weit weg. Wird nicht möglich sein. Kriegen wir nicht hin. Anna ist in den Kampf verwickelt. Wenn sie einen Flächenangriff machen will gegen viele, dann muss sie weiter vorne stehen. Den da oben kriegen wir nicht durch. Wir können den Sperrwurf in Reihe, können wir den mittlerweile machen, von einem guten Platz aus. Mit Brot ab, leider nicht. Der kommt nicht irgendwo hin, wo er einen guten Sperrwurf durch eine Reihe hindurch machen kann. Leider immer noch nicht. Wenn ich hier an der Ort und Stelle warfen würde. Das ist alles Quatsch. Das machen wir nicht. Martin kann Flächenangriff machen mit dem Spaltschwert. Kann aber auch nur maximal einen Treffen hier. Martin ist nicht der Schnellste. Entschuldige, Martin, dass ich das so offen sage. Martin ist ja auch im Chat, es tut mir leid. Martin ist ein bisschen langsam manchmal. Nicht im Kopf, auf den Beinen. Und kann keinen Flächenangriff machen. Steht da ganz doof, Martin. Entschuldige, ist das einfach so. Also mit Martin kämpfen wir mal nicht. Anna kann hier den Flächenangriff auch nur verhauen. Wir müssen den irgendwie wegschubsen, damit sie reinkommen kann. Wir können fliehen. Wir können uns aus dem Kampf zurückziehen. Das können wir machen. Dann würde er auch überleben, Grau Axt. Sollen den Kampf zurückziehen. Leute, das können wir machen. Sollen wir sagen, auf Rückzug. Wir haben nicht angegriffen. Das führt dazu, dass alle unsere Leute schwere Verletzungen haben. Und die gehalt werden müssen. Chat brüllt, ja, 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 WB. Hau ab, WB. Das packst du nicht. Wie du gemisst, ganz schnell eine Abstimmung im Chat. Mit einer ganz, ganz kurzen Laufzeit. Jetzt im Chat eine Abstimmung auf Twitch. Sollen wir zurückziehen. Eine Minute Abstimmung. Ja, nein. Ja, nein. Keine Enthaltung. Ja, nein. Sollen wir uns zurückziehen. Nein. Ja, nein.